Hallo Leute und herzlich Willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Ja, wir befinden uns ja immer noch in der Early Access Phase. Aus der kleinen kurzen Pause, die ich machen wollte, sind ja noch ein paar Stunden geworden. Ist jetzt schon ziemlich nachts, aber wir spielen mal weiter. So, wir hatten auf jeden Fall das Rezept rausgefunden, was uns dieses nette Medizinbuch hier gegeben hat. Gut, suchen wir die Sachen für einen Trank oder wollen wir ins Schlafzimmer gehen? Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, die Frucht müsste ja eigentlich draußen sein. Oh, ein lauter Wasserfall. Ähm, ja. Ich würde sagen, hallo, Hering. Wie vermutet, da unten im Teich schwimmen einige rote Heringe. Eigentlich sind es Salzwasserfische, die im Ozean leben. Okay. Aber zum Leichen kommen sie immer zurück in ihr Heimatgebirge. Es ist die einzige bekannte Fischart, die nahezu senkrechte Felswände emporkettern kann. Ist klar. Hier können wir uns da einen nehmen. Rote Heringe sind schnell und glitschig. Selbst Elfen können sie nicht mit bloßen Händen fangen. Ach komm schon. Ja gut, ähm, was haben wir denn hier? Ein Bonsai. Hallo? Betrachtet Bonsai? Bitte? Ein ziemlich kleiner, nicht allzu hübscher Baum. Oh. Aha. Ich möchte mal sehen, wie hübsch du aussiehst, wenn dich jemand morgens auf dem Pott stört. Du meinst? Was? Was kann ich heute für dich tun, meine Schöne? Äh. Ja. Der Garten sieht wie immer fantastisch aus, Arbor. Danke. Ist eine Menge Arbeit. Die Leute denken immer, Elfen Gärten seien von Natur aus prächtig. Aber das stimmt nicht. Es braucht einen guten Gärtner. Und der ist ein Baum. Und du hast einen grünen Daumen. Ja. Ist nur Moos. Das passiert schon mal, wenn man den ganzen Tag im Boden wühlt und sich abends nicht richtig die Hände wäscht. Äh. Erzähl mal was über Enz. Ihr Baumhirten leistet großartige Arbeit. Baumhirten. Die Bäume stehen einfach rum. Wozu brauchen die einen Hirten? Obwohl, so einen Hirtenhund hätte ich gerne. Hey, Rex. Willst du mein Hirtenhund sein? Nee, meine Liebe. Ich bin Gärtner. Nicht mehr und nicht weniger. Okay. Mutter hat mich heute Morgen auf Diät gesetzt, damit ich für meine Hochzeit perfekt aussehe. Bei ihr muss immer alles perfekt sein. In der Natur gibt es sowas nicht. Oder besser gesagt, alles ist perfekt, wenn man den Dingen ihren Lauf lässt. Erzähl das Mutter. Der hat so ein bisschen Berliner drin. Das habe ich schon oft. Aber so klug sie meistens ist, so dusselig ist sie in diesen Dingen. Na hör mal, sie ist die Königin. Ich bin zu alt, um ein Blatt vorn Mund zu nehmen. Hihi, Blatt vorn Mund, verstehst du? Er ist ein kleiner Berliner. Was steht heute auf dem Plan? Viel zu tun? Ach, das Übliche. Weißt ja, es regnet nie im Elfenhain. Aber die Blumen brauchen ihr Wasser. Also gieße ich sie jeden Tag. Der Fluch des schönen Wetters. Das Wetter ist nicht das Einzige, das in diesem Land nicht stimmt. Ich bin seit 30 Jahren hier und seit 30 Jahren haben wir Herbst. Die Zeit verläuft anders im Elfenhain. Langsamer. Und deswegen werden alle hier steinalt, schon klar. Aber hätten wir normales Wetter und die üblichen Jahreszeiten, gäbe es hier deutlich mehr Abwechslung. Aber nur Herbst muss doch auch echt ätzend sein. Du und Vater, ihr kommt gut miteinander aus, oder? Niemand versteht mehr von der Natur als er, das ist mal sicher. Aber trotzdem bitte ich ihn nicht oft um Hilfe. Vom Nachdenken wurde noch nie ein Feld umgegraben, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du verstehst? Er ist eben eher Theoretiker. Der Matsch an den Füßen, der Geruch frischer Erde, all die Freude und das Leben. Er verpasst doch alles, wenn er da oben rumsitzt und nix tut. Ich muss weiter. Ja, ich hab auch einiges zu tun. Ich weiß einfach nicht, was der Pflanze da fehlt. Okay. Ja. Ach, gehen wir mal mit, okay. Deine Mutter hat vor ein paar Tagen einen Haufen Blumen von einer Feendelegation geschenkt bekommen. Sind alle gut angewachsen. Nur die hier nicht. Vielleicht braucht sie besondere Erde oder besonders viel oder besonders wenig Licht. Alles möglich. Wenn mir nicht bald was einfällt, muss ich deinen Vater fragen. Er kann mit ihr reden und sie sagt ihm vielleicht, was ihr fehlt. Okay. Wenn du hinaufgehst, wäre es nett, wenn du meiner Mutter nicht erzählen würdest, dass du mich hier draußen getroffen hast. Wieder mal ausgebüxt, was? Von mir erfährt niemand was. Ist ja nett von dir, danke. Was ist denn mit der Pflanze hier? Die Pflanze sieht tatsächlich nicht allzu gut aus. Es ist ungewöhnlich, dass Blumen in diesem Garten ihre Köpfe hängen lassen. Okay. Normalerweise blühen sie in unserer guten Erde und unter den kundigen Händen von Abor ist so richtig auf. Wo ist das hier mit? Ich kenne nicht die Namen aller Pflanzen hier im Garten. Meine Großmutter kennt sie alle. Was darin liegen dürfte, dass sie es war, die vielen Pflanzen vor Jahrtausenden ihren Namen überhaupt erst gegeben hat. Na super. Scheißbärholz, Schwitztee, Schlotterblume, Fetthenne, Knöterich, Stinkwurzel. Wir laden sie nicht mehr zu Familienfesten ein. Okay. Keine Ahnung, was das für ein Busch ist. Aber seine roten Früchte sehen sehr lecker aus. Doch wenn ich eins draußen im Wald gelernt habe, man sollte nie etwas essen, von dem man nicht weiß, dass es ungiftig ist. Ich will ja auch gar nicht, dass du es isst. Was haben wir denn hier noch? Den Bienenstock. Mutter hielt es für ungehörig, dass die Bienen ihr Nest in unserem Garten bauten. Ja, ungehörig, total. Ich glaube, sie konnte sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, nicht mehr die einzige Königin hier zu sein. Ja, das kann natürlich sein. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist Mutters Spiegel. Man sagt, er könne bis in die fernsten Länder blicken und wisse, was in jedem Winkel der Welt passiere. Okay. Momentan ist es aber nicht mehr als eine flache Schale. Das Wasser fehlt. Und muss es spezielles Wasser sein, oder? Okay, was gibt's denn hier noch Schönes? Ich glaube, ah, hier, Vogelbad. Ein Vogelbad. Sehr schön. Im Vogelbad ist nur noch sehr wenig Wasser. Cheep Cheep behauptet immer, es würde schnell verdunsten. Ich glaube aber, es liegt am ungehemmten Badespaß und seiner mittlerweile nicht unerheblichen Körperfülle, dass ständig Wasser nachgefüllt werden muss. Der platscht da immer dann von oben so rein und, ja, schön klar. Was aber denn noch Schönes? Wir haben noch eine glückliche Weide. Das ist eine Trauerweide. Allerdings geht es ihr hier so gut, dass sie alles andere als traurig aussieht. Es sieht ja aus, als wenn die Schwerkraft fehlt. Aber hey. Dort oben entspringt der Quellbach. Hier ist er noch klein, aber er wird zum größten und wichtigsten Fluss im Waldlandreich. Ja. Okay. Wenn du das sagst. Sollen wir noch irgendwas, was wir hier angucken können? Wir können noch... Oh, zum Thronsaal. Bestimmt eine gute Idee, zum Thronsaal zu gehen. Dort geht es hinauf zum Thronsaal. Mutter wird mit eiserner Disziplin die Staatsgeschäfte lenken, während Papa an den Lebensbaum gelehnt dasitzt und nachdenkt. Oder schläft. Können wir da durch? Wahrscheinlich nicht. Was haben wir hier noch? Teich. Wasserpflanzen. Wasserpflanzen. Die ist eingeschlafen zwischendurch. Passiert mal. Im Teich wachsen Schilfrohr und Seerosen. Natürlich wurden sie angepflanzt. So hoch in den Bergen kommen sie normalerweise nicht vor. Okay. Können wir da welche mitnehmen? Mit einer Seerose kann ich wohl nichts anfangen. Aber ein Schilfrohr könnte schon nützlich sein. Wofür auch immer. Ja. Wir haben ein Schilfrohr. Wir haben ein Holzbearbeitungsbuch. Wir haben ein Schilfrohr. Wir haben abgebrochenen Schilfkopf. Okay. Sonnenblumenperne und... Wo kriegen wir... Weiß ja vielleicht was über die Blumen. Also über die Früchte, die wir brauchen. Gummoye. Abo. Hallo, Abo. Oh, Ivo. Ähm. Schon Erfolg oder ich habe schon ein Buch über Holzverarbeitung gefunden. Ah, hier. Wenn ich krank wäre und Medizin mixen müsste, dann würdest du mir dabei doch bestimmt helfen, oder? Krank? Du bist eine Elfe. Elfen werden nicht krank. Aber wenn doch? Hm. Schieß los. Wie kann ich dir helfen? Ähm. Wie haben wir einen Methusstrauch? Haben wir einen Methusstrauch hier im Garten? Ja, der Busch da. Aber dessen Früchte sind rot. Welche Farbe sollen sie sonst haben? Grün. Sind sie nur grün, solange sie unreif sind? Nein, dann sind sie blau. Grün sind sie, wenn der Busch Gefahr wittert. Okay. Bitte? Der Methusstrauch hat äußerst leckere, süße Früchte. Aber wenn er glaubt, in Gefahr zu sein, werden sie grün und sehr sauer. Ist eine Art Verteidigungsmechanismus. Verstehe. Und der Busch trägt rote Früchte, weil er hier nichts zu befürchten hat. So ist es. Und wenn ich jetzt vorab, ihn zu verprügeln! Okay. Ähm. Ah, Honig. Hast du eine Idee, wie ich an Honig komme? Versuch's mal unten in der Küche. Ich würde lieber nicht durch das Schloss gehen. Ah, natürlich. Jemand würde es deiner Mutter erzählen. Ich habe spekuliert, ob mir das Bienennest dort am Baum weiterhelfen könnte. Da wäre ich vorsichtig. Die Bienen verteidigen ihren Honig und können schmerzhaft zustechen. Kann man sie nicht irgendwie ablenken oder austricksen? Imker tragen Schutzkleidung und benutzen Qualm, der die Bienen beruhigt. Aber ich habe keine Imkerausrüstung hier. Ich lasse den Bienen ihren Honig und sie bestäuben meine Blumen. So haben wir es schon immer gehalten. Okay, dann kein Honig. Oh, eine Angel. Ich sehe dich häufig angeln. Kannst du mir deine Angel leihen? Für den Fisch. Klar, wenn du sie mir heil zurückgibst. Oh. Äh, das ging schnell. Was ist? Ich hätte fest damit gerechnet, dass ich mir selber eine Angel bauen muss oder dass du etwas für die Angel haben willst. Die Soho ist nur eine Angel. Okay. Danke. Es muss nicht immer alles kompliziert sein, weißt du? Ja, dann, äh. Noch mal was anderes. Äh. Das Buch. Guck mal. Ich habe dieses Buch in der Bibliothek gefunden. Holzverarbeitung? Wieso zeigst du mir sowas? Weil du im Baum bist. Äh. Ich dachte, es interessiert dich vielleicht. Ich mag keine Horrorgeschichten. Horrorgeschichten? Holz, das in ein sich drehendes Monstrum geklemmt wird, um dann Schicht für Schicht bis zum Kern abgedrechselt zu werden. Wie nennst du sowas, äh? So habe ich das nie gesehen. Das ist Holzverarbeitung. Äste werden abgesägt, Bretter zusammengenagelt, Holz mit Chemikalien bestrichen, krankes Zeug. Weißt du inzwischen, was der Pflanze fehlt? Nein, noch immer nicht. Es sieht eigentlich alles gut aus. Die Erde ist feucht und nahrhaft, die Sonne scheint. Hm, ein schwieriger Fall. Eigentlich würde ich jetzt gerne erstmal meine Morgenpfeife rauchen, aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das, äh, ist durchaus korrekt. Bis später, Abor. Bis dann. Tja, wie jagen wir den Busch jetzt? Wir können erstmal angeln. Wir haben eine Angel. Ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Das sieht erstmal relativ einfach aus. Nein, hier lang bitte. Nicht, äh, weggehen. Wir wollen angeln. Bitte. Angeln. Wir brauchen rote Heringe. Ich habe nicht viel Ahnung vom Angeln, aber ich kann ja mal mein Glück versuchen. Ja, ging nach dem Plan. Angel Level 0. Wie vermutet, nichts. Allerdings, irgendwie habe ich das Gefühl, als wüsste ich nun etwas besser, was ich tue. Äh, ja. Okay. Ich schätze, dass ich einfach so lange üben kann, bis ich gut genug bin. Genau, das ist eine gute Idee. Vielleicht kriegen wir ja Angel Level 1000. So, WoW-like. Wir können uns jetzt hier eine Stunde hinstellen und nichts fangen. Oder aber ich versuche eine Abkürzung, indem ich woanders mehr über das Angeln lerne. Nö, nö, ich finde die Idee schon ganz gut. Oh, was ist denn das? Ha, ein Klassiker. War das? Sah aus wie... Keine Ahnung. Eine kranke Ananas. Aber wir sind immerhin schon Level 3. Ha, ein Klassiker. Level 4. Komm. Nein, 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 nein. Hier, komm, angeln. 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 Stell dich doch nicht so an hier. Nichts. Du bist echt begeistert von deiner Tätigkeit, oder? Loser Tätig. Da.